Hallo, wir sind die Armsens. Ich bin die Sabine. Ich bin der Emil. Ich bin der Tino. Und ich bin der Rallo. Und wir haben einen guten Plan. Genau. Einen guten Plan. Einen guten Plan. Einen guten Plan. Wir haben so viel. Wir haben wunderbare Kinder. Wir haben Jobs. Wir haben eine Wohnung und ein Auto. Und jede Menge Kram. Aber von einem haben wir immer viel zu leben. Wir sind jetzt schon über ein halbes Jahr unterwegs. Wir sind 17.000 Kilometer quer durch Südamerika gefahren. Wir waren am Pazifik, am Atlantik. Wir sind durch Patagonien gefahren, durch die Uyuni, durch die Atacama. Wir waren in den Hohen Anden und im tropischen Tiefland. Und jetzt fahren wir gerade auf einem Floß über den Amazonas. Kommt mit auf die Zeitreise. Hier bei YouTube. Ich bin der Hitzer von über dem Morgen. Ein Bier! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020